Jürgen Morgen Leute! Heu beherrscht dich mal hier ein bisschen, ja? Alles ok, Mann! Fresh! Alter, hat mich schon dick geritten, alter! Ist besser wie ein Fick, alter! Ja! Gipfelhäuschen, alter! Gipfelhäuschen! Gipfel ist meine Kuppel, alter, weil hier Pfotzen, die wurde jetzt nur 3,19! Machen Rinder und Quaschi so viel, alter! Hey, diesmal! Fresh! Da, Kühlung! Äh, ja! Jetzt kann ich aktivische Stritzer! Also, wenn das Wasser ein bisschen sauber wäre, der könnte hier so eine Bombe reinmachen! Alter! Puh, ey! Sogar lecker ist als Wasser! Oh, lecker! Stimmt, ja! Kannst du mal schmecken, alter! Können wir mal einen Schluck? Leck mich am Sack, alter! Oh, fuck! Boah, leck mich am Arsch, ey! Geh mal, Peter! Du bist doch nichts, alter! Du musst so ein paar Kerle kriegen, alter! Ah, ist okay, mal! Wir haben jetzt 10.15 Uhr, andere Berliner schlafen noch um 10. Was machen die Hardbar-Fans? Sie fahren um 10.15 Uhr in die Hardbar-Baden! Doppelfry! Wir haben uns auch muss arbeiten, ey! So, ihr Masterfucker! Richtig schön, die Hölle um die Ohren! Ach, hier, die Bäuer brauchen die Sprachen, die sind sowieso hässlich! Ach, guck mal da, unser Gärtner! Schick fett mal die Todesbrücke! Krassen Kippen! Damalian, spritzig hoch! Guckt euch mal die Toys an, die ihr seht! Kalter Speed! Das Heroin-Scheiß-Reklaid! Guckt euch mal neue Lachen, aber jetzt gucken wir mal eine Ausstattung! Das ist ein Sexy-Scheiß-Reklaid! Mmmh! Fresh! Oh ja, der ist ein Schild in den Park reinrennt! Hier, ein Hardbar-Ficker hier! Hier bist du ein Flipper, ey! Warte dich, Alter! Ja, natürlich! Das ist ja der Schild da! Spitziger Tag! Jetzt geht's ab, Alter! Ein Hammer! Yeah! Fransch! Warte, ein Hammer! So eine geile Bremer, die wir gar nicht mal ficken! Jetzt geht's mir schon wieder ein bisschen besser! Guck mal, das sieht aus! Oh, du Scheiße! Kinderjährig sind! Oh ja, dann sag ich halt, wo ist der Fett? Erstmal Luftisch abgespritzt natürlich! Ja! Oh, yeah! Ja, das ist okay, Mann. Wenn das Wasser ein bisschen sauber wäre, ich würde hier so eine Bombe reinmachen. Wir schufen Sack hier vor uns, Mann. Der könnte gar nichts in die Fresse boxen, ey. Jetzt mal ganz genüsslich ins Flug der Dämonen rein. Yes, do it, good! Yes, yes, yes! Das ist jetzt so eine geile Piper, die wir gar nicht so lange ficken können. Verdammt. Falscher für den Tripper, Alter. French. So, der Bischof und Sack hier vor uns, der könnte gar nichts in die Fresse boxen, ey. Das ist okay, Mann. Das ist okay, Mann. French. Ich liebe Salzwasser. Lecker! Stimmt, ja. Kannst du mal schmecken, Alter. Gön dir mal einen Schluck. Jetzt klatschen. Hör, der kommt gar nicht aus aus der Klapperkiste. Ein super Bordell hier. Wir hauen uns heute noch mal richtig, das dritte Mal das Gehirn weg. Doppelfrech. Ja, Leute, ich bin's noch mal. Das ist eine der erste Freund, das Gehirn weg, das Gesicht. Ich bin schwanz, Alter. Dauf, ja. Du kannst ein bisschen schwecken Sachen. Oh, oh. Na, Alter. Hat mich schon den geritten, Alter. Ist das doch wie ein Fick, Alter? Ja, Mann. Das haut richtig rein. Mach die Pulle nochmal voll mit Wichsen, dann hauen die über den Kopf. Das ist jetzt so eine geile Beiber, die wir gar nicht so lange ficken kennen. Ja, du, Alter. Ja, genau du, Alter. Ja, genau du, Alter. Ja, oh, yeah. Peterheim, nach dem ersten saugeilen ersten Hardcore-Tag. 10 Uhr 15, andere Berliner schlafen noch um 10. Was macht die Hardcore-Fans? Sie fahren um 10 Uhr 15, die Hardcore-Baden. Wunderbar. Dann kann ich ja nur sagen, kann ich nur zustimmen. Jetzt geht's mir schon wieder ein bisschen besser. Spaß, bis denn.